Flugplatz Fils-Rum, Oscar Eco Alpha Kilo India Oscar Eco Alpha Kilo India, Filshofen, hallo Oscar Eco Alpha Kilo India, bitte Abfluginformationen Oscar Kilo India, die Piste 3.0, QNH 1.0.1.6 QNH 1.0.1.6, Piste 3.0, Oscar Eco Alpha Kilo India Die D-Gebraucher 2.0 ist Abflugbereit am Rollhalt D-D, dürfen wir auf die Piste rollen? 2.0, nur Position rollen, bitte. D-D-D, hält Position. Die D-Max ist Abflugbereit und rollt auf den Startpunkt Piste 2.0. D-Max, 300 Grad, 4 Knoten der Wind. D-Max, D-Max. Und die D-N, kann weiter rollen. D-N, roll auf die Piste 3.0. D-N, gerade auf der Piste 3.0. D-N, 300 Grad, 4 Knoten. Oscar Eco Alpha Kilo India, Abflugbereit. Oscar Kilo India, kann weiter rollen. Oscar Kilo India. Oscar Eco Alpha Kilo India, wir starten auf der 3.0. Oscar Kilo India, der Wind 280, 4 Knoten. D-N, die D-Max verlässt, die Station in örtlicher Richtung an, die bis später anschauen. Max, gestartet 2.0, Servus, Grundflug. Standzeit 2.0, danke, D-Max. Ah, klar! Standzeit 2.0, Servus, guards. Servus, Servus, Servus. T-G Stattes, Gu, CUIえ oがらは、 Full tardreota 2.0,enaS? Servus,消防止通uard. Das war's. OSK, Kilo India, wir verlassen in die Frequenz, Richtung Süden. Kilo India, wir startet 25, Plan geöffnet, Servus, kein Flug. Start 225, OSK, Kilo India. Kilo India, es ist eine Maschine im Gegenabflug, die in den Querabflug dreht. Eine Maschine im Gegenabflug wird von Europa 3. Europa 3, die Maschine dreht in den Entel Hall 66. Ja, die haben wir in die Maschine, es ist Europa 3. Servus, OSK, Kilo India. Wer hat Schering gerufen? OSK, ECO, Kilo, hier. OSK, Kilo, Schering, Servus. OSK, ECO, Kilo, hier, wir sind 6 miles nord-westlich des Platzes, dürfen wir zu einer Landung kommen und Mogas machen? Kein Problem, wir haben die 312 in Betrieb, nächste Meldung in die 312. OSK, ECO, Kilo India. OSK, Kilo India, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020